Hör auf, dass du Filme, das ist Menschenver... achten! Ah, und dann auf die Sterne! Lente doch mal ruhig! Franzt! Ich brauche den Gespräch, also... Kommt noch? Kann ich? Ja. Läuft! Das Leben ist geil! Ja. Bis uns der Himmel auf den Kopf fällt. Wann dreht du das? Das war schon mal Ansatz! Ja, okay. Ja, komm auf! Du müsst echt mal bei uns so ein Buch schreiben. Das ist ein bisschen ein Buch. Boah! Boah! Oh Mann! Ungefähr so! Ungefähr so! Keine Ahnung! Schmeiß nicht! Was soll das Scheiß, Laura? Ja, okay! Was war das? Ja, das ist meine Flasche! Ja, das ist meine Flasche! Du, Glenner Pisser, fragst im Ernst, was wir wollen! Was jetzt? Toll! Toll! Komm, bleiben mal stehen! Ach so! Leute, dann stehen! Mann, wir brauchen ein richtig geiles Outfit! Richtig! Was? Ne, das sei jetzt real scheiß! Ey, war der Klappe! Das sieht man doch! Ach, ich gesagt! Danke! Was mit uns? Ron! Zuschauer! Überraschung! Ich präsentiere... Alter, Maul! Was? Ey, du nicht! Ey, du nicht! Ey, ey! Fuck! Das ist halt die Lücke! Jo, ne geisterhafte Erscheinung ist das Spiel gelaufen! Ey, nicht so! Das war mal! Und das weißt du auch! Und wie das... Fuck! Das ist jetzt schlimm! Aber die ganze Zeit... Alles... angepuppt was... Du bist dabei! Also guck böse! Guck böse! Aufstehen! Schmappen! Zu! Das war einfach! Das war einfach! Ich geh jetzt glättern und scheiße dann nochmal... Alleine! Echt? Alleine! Leute, wir schon... Okay! Das... Was hast du gerade gesagt? Ohne Scheiße, Alter! Geil, ich saug! Sag mir das wieder! Okay, oben! Um mich einfach sücht zu machen... Das ist alles! Mike! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist das passieren? Du hast... Alter, der kann eben immer ernst hin. Alter, ich gehst doch gerade! Gott! Fuck! Fuck! Fuck!